Und willkommen zu Last of your Pokemon Mystery Dungeon, Part 8 von 1.6.1.4 Jo, ein weiterer Morgen, ein weiterer Arbeitstag und ich hoffe mal, dieses Mal vergessen wir nicht, unser Teammitglied mitzunehmen. Es geht ja nicht, dass es hier einen bezahlten freien Tag hat. Nicht bei uns! Ja, guten Morgen, Flemly! Flemly, Nightmare! Hä? Wer war das? Ich höre wieder diese Stimmen... Oh, hey, Raupi! Oh, Raupi, wie geht's dir? Bitte, bitte hilf meinem Freund! Was ist denn los? Ich habe mit meinem Freund Safkan im Wald Verstecken gespielt, aber da habe ich Safkan nicht mehr finden können. Er ist immer noch da draußen. Tja, du hast verloren! Verstehe, verstehe. Das klingt gar nicht gut. Kekeke. Och nein. Hier, was fällt euch ein? Nur keine Angst, wir sind hier, um dein Kumpel Safkan zu retten. Wartet mal, Raupi hat uns um Hilfe gebeten. Das ist keine so gute Idee, aber was soll's. Glaubt ihr wirklich hätte irgendeine Chance, die Amateure? Hey! Ich meine, es stimmt aber trotzdem. Hey! Was sagst du da? Ihr sagt doch schon, es spielt keine Rolle, wer hier Rettung durchführt. Und derjenige, der eine Rettung erfolgreich beendet, ist natürlich der Held. Hör mal, Raupi, willst du nicht lieber als wir das machen? Oder gib deine Belohnung drei vor dem Team, das dein Kumpel zuerst rettet. Aber ich... hab gar kein Geld. Ach, mach dir rüber keine Sorgen, mein Freund. Oh, mein Freund. Wir können bestimmt deinen Eltern überreden, uns eine ordentliche Belohnung zu geben. Keke. Oh yeah, du kannst sogar unserem Team beitreten. Zum Eingrufe kannst du nicht widerstehen. Wenn du mal spenden hast, Raupi, wirst du bei dem Team Übel eine große Nummer sein. Keke, keke. Ich will dir ins Gesicht hauen. So sieht's aus, Flemny. Wer zuerst kommt, siegt. Aber eigentlich, wann wird's zuerst? Ach, vergiss es. Los, Leute, bringen wir's hinter uns. Wisst ihr überhaupt, wo ihr hinmüsst? Nein, wisst ihr nicht. Okay, dann verschwindet. Ist mir auch egal. Wissen die eigentlich, wo die hinmüssen? Hier gibt's ja wohl mehr als einen Wald, oder? Never mind. Hab keine Angst, wir retten einen Freund zuerst. Nein, mehr. Gehen wir. Wissen wir, wo wir hinmüssen? Anscheinend nicht. Ach, was soll's. Hab ich irgendwie Post oder so? Ja, du hast immer noch ein Problem. Wir haben alle Probleme. Mein Gott. Okay, ich glaube, ich verschärfe ein bisschen Kram. Ja, hi. Hast du Beliebersam? Ich hab keinen Platz. Verdammt. Ja. Stapel ist auf meinen Kopf. Was weiß ich. Okay. Ja. Kann weg. Falscher Knopf. Oh. Bring einen Poke. Oh, wow. Ach, was soll's. Besser als nix. Besser als nix. Ich werde sehr viel Geld brauchen für Beliebersam. Das ist meine einzige Strategie. So viele Beliebersam kaufen, dass ich nicht sterben kann. Das funktioniert bisher immer ganz gut. Bei allen Spielen. Vor allem bei den Letzteren. Die sind aber auch generell ziemlich einfach. Ich weiß nur, bei diesem... Was war das? Touran, die Nennlichkeit? Ich war beim finalen Bosskampf. Ich war so unter Level. Und ich hatte einfach so viele Blebersam, dass ich das Ding noch hinbekommen hab. Das war so fail. Gegen dieses Eiskern-Dingens des Hasses. Oder keine Ahnung, wie auch immer. Die sind in den letzten Teilen immer so. Die Pokémon werden von... Die Welt endet, weil sie sich nicht mehr mögen. Keine Ahnung. Nein. Ah. Und du hast keinen. Oh, das ist toll. Das ist nicht. Ich brauch die Tinger. Ha. Okay, auf in den Wald. Finsterforst. Oh, das ist aber ein schöner Name. Warum spielen die Kinder da? Oh, was soll's. Ich hab eigentlich Tino vergessen. Scheiße. Nein. Da sind wir. Safga hat sich irgendwo in diesem Wäldchen verlaufen. Im Finsterforst. Das ist echt an einem schönen Platz an für Kinder zum Spielen. Muss ich echt sagen. Gegen das Game müssen auch schon hier sein. Wir sollten uns sputen. Woher wissen die, wo sie hin mussten? Ach, was soll's. Mann, ich hab meine Titel schon wieder vergessen. Scheiße. Warte, ich speichere erstmal. So. Okay. Ich hab ja nicht so ein Gefühl, dass ich gegen die Spinner kämpfen muss. Oh, hi! Ich glaube, mit einer Platzattacke komm ich nicht weit. Also, hier hast du ein Tackle. Ich ramme mein Gesicht gegen dich. Gegen dein Gesicht. Du bestehst fast nur aus Gesicht. Du bist Myrapla. Ah, ich mag diese Musik so gerne. Ha, die ist nice. Oh, fuck, ja. Flammy, du hast hier voll den Typenvorteil. Oh. Mann, ich will das Geld haben. Warte, du bist doch Typgestein. Ich müsste dich doch eigentlich so wegbearschen können. Moment. Ha! Huh, nice. Ach, er macht hier eigentlich nichts. Leichte Beute! Erfahrungspunkte für uns! Muhahaha! Ich sollte meine AP nicht verschwenden, aber was soll's. Jetzt stehst du auch so nutzlos in der Gegend. Also, bitte. Dich kann ich da mit einem Stein abwerfen. Äh, ja, Stein. Ins Gesicht! Okay, ich kann mal die nur ein Gesicht treffen. Du bist echt nur ein laufendes Gesicht. Mit Blattzeug oben drauf. Ja, okay, und mit Füßen. Uh, Sienelbeere. Yay. Noch ein Myrapla. Oh, noch ein Myrapla. Autsch, hey. Find ich nicht okay. Kriegst ein Tackle dafür. Kann ich ja nicht Absorber lernen? Ja, müsste eigentlich. Oh, das ist so praktisch hier. Oh, ich liebe diese Musik! Ha! Das ist mein Fangirl-Geräusch. Nur mal so zur Info. Die weniger fanatische Version. Warum müsst ihr mal neben Geld stehen? Mein Gott. Ich will das Zeug haben. Aber nicht kämpfen. Aber was soll's. Mein Geld! Okay, wir tun so mir leid. Sie machen wirklich nix. Ja, ist am Schuld. Wie viele Ebenen hat das hier? Oh, Geld. Yay. Wie viel hab ich eigentlich? Oh, ein bisschen was. Ein bisschen was. Vielleicht können wir dieses Partner-Reall jetzt holen. Oh, hi. Äh, Flemmi, das ist... Warte. Ich hab's. Moment. Okay. Kommst du bitte her? Moment, ich kann doch mit einem Stein werfen. Ja, okay. Stein! Bam! Los, Flemmi! Ich dachte eigentlich Feuerbanker... Uh, Level ab! Yay. Ja, mein Level ist gestiegen! Oh, das ist ja schön, Flemmi! Das ist schön. Keine neue Attacke. Äh. Uh. Uh, du bist neu. Und die steht auch nur rum. Ja, Fragierbeere. Oh, shit. Ah, Flucht! Moment. Äh. Kannst du nur Herdner? Ja, du kannst nur Herdner. Oh, das ist so ein Fail. Oh, mein Gott. Du hast echt die Arschkarte, ey. Kannst du nix anders? Oh, Gott. Das ist echt traurig. Ja, er löst das von seinem Elend, Flemmi. Die können echt nur Herdner. Oh, Gott. Oh, das ist erbärmlich. Oh, ich liebe es. Oh, hi. Ja, hier. Rasierblatt. Oh, mein Gott. Die armen Viecher. Ja, bleibst du wohl hier. Keiner ankommt. So, wenn du... Nein! Kommst du wohl her! Ich krieg dich. Kann ich mit dem Stein von hier treffen? Stein! Nein! Na, geht doch. Hi. Gott, du tust mir echt so leid. Oh, ey! Okay, da war mein, du tust mir nicht leid, du bist scheiße. Ah ja, versauere da doch. Ist mir egal. Die haben echt die Arschkarte. Die kann ja überhaupt nix machen. Oh, Mann. Das ist Fail. Okay, bei denen fühle ich mich wirklich scheiße, wenn ich sie jetzt töte. Obwohl, können die Muggelbaum angreifen? Sollte ich mal ausprobieren. Oh, hallo, Visor. Und tschüss, Visor. Du entkommst mir nicht. Keiner entkommt uns. Hääääh. Voilà. Tot. Die pennen sogar erst am Anfang noch. Oh, die haben Viecher. Na, aber die ist eigentlich ziemlich nutzlos. Das Gute ist, Käfer-Pokémon entwickeln sich so früh. Na klar, Gummi. Das ist doch für... Für Flug? Ich glaub für Flug. Ja, Moment. Du bist für... Nee, für Eis. Oh. Sponspining, wie scheiße. Nein, ich wollte es Flemly geben. Das geht hier ja noch gar nicht. Ah. Ich muss Flemly ja damit abwerfen, wenn ich es ihm geben will. Ach. Das ist so toll, wenn du es einfach so geben kannst. Ah, das war jetzt dämlich. Fuck. Ja, dann stuppe ich sie weiter alle in mich rein. Warum nicht? Ah, du Visor. Hier ist ein Tackle. Du entkommst mir nicht. Keiner entkommt uns. Tod. Oh, fick, das war fehl. Nein, bleibst du... Kriege ich die von hier? Ah. Ha. Getroffen. Während das vor uns weggerannt ist. Oh, ja. Es sind Erfahrungspunkte. Und ich habe schon eine Tackle dafür benutzt, also. Kann ich sie auch zu Ende bringen? Don't judge me. Uh, Geld. Eine Piersefäre. Au. Hey. Ich lasse dich ja schon in Ruhe. Oh Gott. Hi. Äh, ein Tackle. Go, Flemny. Verbrenne alles, was in unserem Weg steht. Alles. Okay, vielleicht nicht die Saftkon. Die sind irgendwie knuffig. Und die machen ja nichts. Hallo. Kommst du wohl her? Und Tackle. Boom. Wie weit ist das hier noch? Oh, mein Beutel ist wohl. Ah. Oh. Ein Kniss. Gott, bist du süß. Könnte ich... Dankeschön. Ja, das wollte ich. Okay, ich glaube, ich werfe auch mal einen Stein. Ich mag Steine. Zumindest am Anfang, da bringen sie noch was. Später nicht mehr. Ja, da kann ich ihn mit Dornen werfen. Bleibersam. Oh mein Gott, den brauche ich. Wechsel mit... Mit, 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 mit der Fragierbeere. Ja, warum nicht? Das brauche ich eh nicht. Okay. Ich habe einen Bleibersam. Yay. Und dann haben wir schon mal zwei bei uns. So langsam wird das was. So langsam wird das was. Ich hoffe mal, es reicht mir jetzt, die Bosskämpfe kommen. Wahrscheinlich nicht. Aber was soll's. Ich bleib mal positiv. Oh, was das in der Sinne wäre. Oh. Sind es nicht mit so Zehnebenen oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Oh, hallo. Ähm. Stein. Ja, das hilft ja auch nicht mehr. Und... Moment. Nein. Ah. Oh, noch ein Stein. Flieg und Sieg. Woo. Woo, Level up. Yay. Reflektor. Ich glaube, es ist scheiße. Ich bin glücklich. Drei Ausrufezeichen. Ha. Na, warum nicht nur eins? Du machst gleich drei. Den Punkt richtig rüber zu kriegen. Was wollte ich jetzt? Ah ja. Reflektor. Was machst du denn? Ich glaube, du bist scheiße. Reflektor. Ja. Och. Jo. No. Boow. Wie ist effektiv? Und trotzdem viel. Ha. Oh, nur eine Farid Lier-Behre. Ich esse solche Bären eh nicht. Ich brenne einfach nur. Was da ist. Wasser. Oh, es wird schön, wenn ich hier Wassers-Pokémon retten muss. So schön. Oder weil ich hier nicht fliegen kann. Und was soll Pokémon hier fliegen können? Hört auf, darauf rumzurennen. Kann ich? Moment. Ich kann dich doch treffen, oder? Müsste eigentlich. Bam! Ha! Und dich auch! Oh, hi! Und tschüss! Oh, fuck, ihr kommt zu uns! Ha, neues Teammitglied! Yay! Wir haben einen Marienkäfer! Ha! Ah, ich hätte dich Marinette nennen sollen. Scheiße! Ah, jetzt ist es zu spät. Ah, was soll's. Was für Attacken hast du denn? Du kannst... Du kannst Tackle! Oh ja, das ist sehr schön. Oh, okay. Ja, du passt perfekt zu uns. Ram dein Gesicht gegen alles. Ram es. Ja, ram dein Gesicht gegen alles. Das ist perfekt. Wir werden eh vergessen, dich mit unserem Team zu nehmen. Bei der nächsten Mission, also. Du musst dir schon mal bequem. Du wirst uns für eine Weile nicht mehr sehen. Bitte stirb nachher nicht. Ich flehe dich an. Ich will dich mit dem Team haben. Oh, noch eins. Hua! Nice. Das kann ich, glaube ich, noch gebrauchen. Du kannst... Ganz, 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 ganz... Bisse wäre okay. Die brauche ich hier nicht. Gut. Folge mir, Ladyba! Und Flemli! Die... Das wird unser Team, was? Was wollte ich jetzt? Ah ja, Deckel. Ich muss nur mal dran denken, die mitzunehmen. Level up. Superschall. Oh, das ist ganz nice. Ja, das ist sehr schön. Wir werden nicht besser. Wir sind eigentlich nur ganz scheiße, aber was soll's. Gut. Huh. Ach, kann ich ja gleich trinken. Warum nicht? Ne. Boden. So. Warum nicht? Ich bin bald da. Alter, wie weit ist das hier? Hast du hier was zu sagen? Ich bin so froh, die auf meiner Seite zu haben. Sei mal froh. Du willst nicht unser Gegner sein. Willst du wirklich nicht? Nein, nein! Oh Gott, bitte töte es nicht! Ah! Nein, nein, nein! Nein! Ah! Warte, ich rette dich! Oh, noch ein Level up. Yay? Ja, das ist ganz toll. Ich bin stolz auf dich. So stolz auf dich. Ich glaube, da mache ich mal Schluss. Also, das ist für Let's Play of Pokemon History Dungeon Part... ...8? Ich glaube, 8. Danke für die Sankung! Miep, miep! ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020